Hallo YouTube, wir spielen weiter die Black Widow Challenge auf Twitch und ihr seid jetzt hier auch. Hallo YouTube. Also, wir haben jetzt schon den Menstruationszyklus verändert, weil der war noch auf super lang, weil sie ja auch so eine super lange Lebensspanne hat. Wenn sie noch 85 Tage zu leben hat. Aber ich könnte sie ja voll gut jetzt schon mal mit Hottie SMS schreiben lassen dann, oder? Weil den fanden wir letztes Mal auch so lecker. Hottie, den müssen wir uns noch klären. Das wird mir natürlich das Herz zerreißen, wenn ich den töten muss. Du kannst ihn verhungern lassen, verbrennen oder du holst dir dieses Roboterwerkbank und lässt ihn daran arbeiten, bis er einen Schlag bekommt. Und dann weiter daran arbeiten, wenn er noch einen Schlag bekommt, stirbt er. Okay. Was ist jetzt los? Die ist total verknallt. Schätzchen. Du musst nicht so horny sein mit dem. Wir töten den eh. Kriegt ihr das mit, wenn ich jetzt vor ihm eine kroketche SMS schreibe? Weiß ich nicht. Ich gehe lieber ins Schlafzimmer, falls ihr das mitbekommt. Achso, was wollte ich noch mal machen? Achso, ich wollte Hottie eine Nachricht schreiben. Krokette SMS schicken. Bis sie sich freut. Schreibt noch eine. Wie ich sehe, bist du drauf? Vielleicht sollten wir ausgehen und dann das trinken. Sollen wir uns direkt mit Hottie treffen? Guck mal, sie ist einfach frisch verheiratet. Und sie ist direkt wieder... Knicke die Knacke. Nein, nein, wir verkündigen ihm nicht die Hochzeit. Es geht ihm gar nichts an. Direkt ein bisschen aufreizend posieren. Komm. Wer ist er denn? Den will ich. Der genießt... Der ist auch hier. What happened? What happened? What's with the hair? Ich glaube, das ist irgendwie CC, das schiefgegangen ist. Kann das sein? Ja, dann lass uns doch jetzt hier trotzdem mal was trinken gehen mit unserem Hottie. Hottie, komm. Wer heißt der eigentlich wirklich? Salem. Ähm. Excuse me. What the fuck? Sie ist einfach auf dem Date mit ihm. Und er crasht. Ist einfach so volle Kanne. Ey, komm her. Geht ihr jetzt nach Hause? Jetzt hat er keinen Bock mehr, glaube ich. Guck mal, er ist jetzt einfach gegangen. Lol. Oh, he's a vampire, right? Mit dem können wir uns doch auch direkt anfreunden, wenn wir schon mal hier sind. Trifft sich mit Hottie, macht gleichzeitig den nächsten Club. Perfekt. Ich sag's dir, die macht das alles alleine. Ich brauch eigentlich gar nichts steuern hier. Sie macht das einfach. Bleibt bitte hier, ähm, Caleb. Pff, wie er sich einfach direkt so einen Platz weitersetzt. So als ob er nichts mit uns zu tun haben möchte. Hallo? Stell dich mal freundlich vor. We love the Hottie. We do. Mach ihm mal direkt ein schönes Kompliment. Caleb hat direkt keinen Bock auf sie. Der weiß schon, was passiert. Irgendwie kommen wir mit Caleb nicht so richtig auf, auf einen Nenner. Warum schreien die immer alle so? Lern ihn mal kennen. Oh, no, no. Er ist ein Teenager. Er sieht aber süß aus. Mann. Ey, ist das nicht mein Hottie-Nottie-Schlottie? Ja, rand da. Obwohl sie jetzt besoffen ist, aber egal. Das ist mein Harry Potter-Verschnitt. Den mag ich. Oh, läuft voll gut. Hör mal. Warum ist die immer am Furzen? Das ist ja furchtbar. Es war wundervoll, mit dir Zeit zu verbringen. Wir haben tolle Erinnerungen gesammelt. Und es werden nicht die letzten. Da bin ich mir sicher. Okay, läuft gut bei den beiden, ne? Es läuft gut. Warum? Warum? Also, okay, tschüss. Tschüss, war nett. Okay, bye. Mann. Ich möchte doch nur ein bisschen... Ähm... Daran. Hallo? Oh no, she's drunk. She's so drunk. Ich glaube, das ist jetzt alles nicht so gut. Ich möchte aber gerne seine Nummer haben. Irgendwie geht es darüber immer nicht hinaus, ne? Ich mache ihm nochmal ein Kompliment. Hallo? Geh nicht weg. Nein, du kannst jetzt nicht auf Toilette. Tut mir leid. Tut mir leid. Gerade ist schlecht. Geh nicht weg. Ja, ja. Mach jetzt! los warum macht sie das immer sie ist so sie ist ihnen so feuer um den finger wickeln oder rülpst sie ihm einfach volle kanten ins gesicht vielleicht sollte sie mal schlafen gehen nein ich möchte das nicht kann sind jetzt schon küssen hey kommt ihr da gerade musik aus dem hintern wow okay ich glaube es ist zeit heim zu gehen mit ihr weil ich glaube sie ist auch gerade vielleicht nicht so in der besten lage die heim ich glaube dass ihm einmal zu oft ins gesicht gerülpst das fand er vielleicht nicht so geil ach so oh gott ich dachte gerade er hat irgendwie mitbekommen dass sie ihn betrunken aber das ist noch wegen seiner anderen ehe ich habe lust heute was neues kennenzulernen weil wir zusammen in etwa eine stunde einen kurs besuchen nein danke du bist deine ex frau ich glaube wo du spinnst er ist gerade neu verheiratet sie da fremdgehen er nicht wann ist sie endlich fruchtbar ich möchte geschwängert werden kann ich direkt neben ihm sitzen und einem anderen typen sms schreiben ohne dass er es merkt geht das warum hat er so augenringe are you good ich fühle mich halt ein wenig steif möchtest du in etwa einer stunde etwas mit mir unternehmen um mich aufzulockern nein danke lass uns rausgehen und spaß haben okay naja wir hängen auf jeden fall wieder mit hottie ab und ich liebe hottie kommen wir bauen zusammen eine sandskulptur es wird großartig warum stehst du in der wand ja vor allem auch direkt an der straße ist es eine gute idee hallo someone's very pregnant du stehst mir ein bisschen im blick gerade nancy sieht wunderschön aus kann ich direkt ein bisschen nein nein wir machen erst nett hallo wo geht sie schon wieder hin ich bin eine einzelkind okay salem und ruby sind eben gute freunde geworden oh man ich möchte salem behalten aber wir müssen ihn dann ja leider auch töten wie läuft die denn hier moment die ist ja mal aber hart auf dem laufsteg oder sie ist germany's next topmodel der walk hat mich überzeugt frag ihn mal ob er singe ist ich glaube aber es singe hallo frag ihn jetzt was ist der fehler nele singe hallo dann rander der ist aber auch nicht schlecht hier wer ist denn er sind wir schon ein bisschen älter aus naja den werden wir bestimmt noch mal treffen okay immer anders bei der arbeit können wir hier mal ein bisschen aufreizen posieren mach mal bitte mach doch jetzt bitte warum macht sie das immer nicht wenn ich ihr das sag oh nein jetzt wird er sich auch noch verabreden okay zack 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 leute das läuft hier wie am fließband zweites das ist erst unsere zweite sitzung und wir haben hier schon die leute aufgereiht die herren muss ich einfach mal jeden boy in sims anlachen ja also 10 sind ja auch schon sehr viele man muss ja auch erst mal gucken können wir direkt einen tisch der mächtel haben mit ihm aber er wollte unseren kuss neulich nicht sag ihm erst mal dass er hot ist sag ihm erst mal dass er hot ist dann machst du einen zweideutigen vorschlag was hat sie denn ist das schlecht und jetzt ups was habe ich jetzt gemacht ach so anziehung andeuten ne anziehung andeuten ist gut jas dieses date wird immer besser ich sag's dir upsie was habe ich jetzt schon wieder gemacht ich klicke mal aus Versehen irgendwas an showbiskus was ist denn showbiskus nein oh oh das war nicht gut hey ich habe größtlich mit salim benali angefreundet das ist ziemlich cool ja ja kaleb dich reißen wir auch noch auf gib mir mal einen kuss jetzt ruby das mag dich vielleicht völlig wirklich sein aber ich finde dich wirklich attraktiv und möchte dich auf einer romantischen ebene besser kennenlernen es gibt viel zu tun es gibt viel zu tun ich hatte auch seine welt menschen immer drei frauen und ein mann schon sieben kinder ich empfinde natürlich das gleiche aber ich bin leider gerade auf einem anderen date deswegen ist es schwierig ich bin ich nicht einfach mitten in einem gespräch aber ist da nicht so schlimm ne Aber die sind auch schon wieder nicht so gut befreundet. Ruby, die heiße Schnitter. Ist so. Die ist auch einfach. Oh, ich glaube, wir müssen die jetzt gleich nach Hause schicken, wenn das Date vorbei ist, weil die ist echt müde. Ja, also die Frage ist, wen nehmen wir als nächstes, ne? Weil wir haben jetzt die freie Auswahl. Tatsächlich. Erstmal noch arbeiten, ne? Okay, dann machen wir mal Kartenstall, wenn er gerade nicht da ist und dann... Ah, ne, sie legt sich einfach direkt ins Bett. Okay, gut, dann schlaf. Ah, doch, dass du Beruhigungs-Dings hieß. Kann sie nicht mal hier so eine Beruhigungs-Tablette nehmen? Nehme mal so eine Beruhigung. Warum ist sie schon wieder nackt? Ich glaube, sie ist jetzt auch gar nicht mehr so angespannt. Ich glaube, ihr geht's jetzt wieder ganz gut. Ist es normal, dass die immer so dauerhorny sind, oder ist es nur bei mir, dass die so abgehen? Ich bin echt, also einfach nur verwirrt. Das habe ich noch nie gehabt in einem Sims-Spiel, dass die so abgehen. Das ist ja... Selbstversagen, es war nicht mal gut anscheinend. Das Selbsthechte und Mächte lief nicht so gut wie peinlich. Oh, girl, I'm sorry about that. I'm so sorry. Wann ist sie denn endlich fruchtbar? Hat sie nicht mehr ihre Tage? Der nächste fruchtbarste Tag steht in vier Tagen bevor. Mhm. Schwangerschaftstest? Wieso soll sie einen Schwangerschaftstest machen? Wann hatte sie denn das letzte Mal... Ich glaube, wir müssen mal diese Fruchtbarkeitsbehandlung machen. Aber das stimmt da nicht. Mach mal die Behandlung. Als wäre das echt neben auch so einfach, ne? Jetzt könntest du einfach hingehen und sagen, hallo, ich bin unfruchtbar, fix das mal bitte für 950. Okay, sie ist jetzt anscheinend super fruchtbar. Sie machen heute in diesem Café ein Hunde-Café-Thema. Ich habe mich gefragt, ob du mich begleiten möchtest. Okay. Komm, YOLO-Modus. YOLO, genau. Wir müssen nur aufpassen jetzt, dass der Ehemann nichts mitkriegt von unserem Date hier. Ist kalt. Tisch decken? Wieso soll ich denn hier in einem fremden Café den Tisch decken? Ähm. Ich bestelle mir auch mal was Geilet. Was gibt es denn hier? Äh, wie ist es mit Kaffee-Latte? Kaffee-Latte ist doch gut. Oder? Äh, wo geht sie hin? Was macht sie denn da? Du solltest dir einen Kaffee bestellen. Sie redet mit Mila. Warum macht sie das? Ich bin Ruby. Ich teile meinen Nachnamen, aber nicht wirklich mit Fremden. Freut mich aber, dich kennenzulernen. Okay, aber was ist dein Issue, Ruby? Du solltest dir hier einen Kaffee bestellen. Oh, what is happening? Oh no. Warum ist es jetzt hier auf einmal so voll? Hallo. Warum ist sie eifersüchtig? Was ist passiert? Hat er mit ihr hier geflirtet? Mit wem flirtet er denn da gerade? Ich bin verwirrt. Mit wem ist er hier am Tratschen abflirten? Oh, aber ich will ihm jetzt keine Szene machen, weil wir brauchen ihn noch als Lover. Wisst ihr? Ich möchte auch die Hunde anfassen. Hallo. Ich gebe dir ein großes Leckerchen. Ich glaube, der Hund kann mich nicht leiden, oder? Was soll dieses Rote da bedeuten? Hey, Ruby, ich finde es toll, wenn du in unserer Gruppe High Society beitreten würdest. Nee, ich habe jetzt leider gerade gar keine Zeit. Hallo. Wir können uns ein Haustier kaufen. Okay, wir brechen hier alles ab. Ich möchte nach Hause und ein Tier kaufen. Kaufen wir einen Hund oder eine Katze? Hund oder Katze? Katze oder Hund? Oh mein Gott, ich habe voll vergessen, dass man sich Haustiere holen kann. Adoptieren. Ich bin gerade voll aufgeregt. Erst mal einen Hund oder erst mal eine Katze? Erst mal eine Katze oder ein Hund, weil wir machen ja sowieso beides. Korbarsch sieht einfach nur Sieht einfach nur geil aus. Welchen sollen wir nehmen? Ginger? Lola? Stella? Oh Mann, weil wir den nehmen. Glaubens ist besonders, stimmt. Ja, komm, wir nehmen den. Bubbles ist aber auch ein geiler Name. Was ist Korbarsch überhaupt für ein Katzenname? Können wir den da noch umbenennen? Wo ist er denn? Och nein, guck mal. So ein kleiner Süßkopf. Oh, hallo. Da. Oh, vorsichtig vorstellt. Der ist so süß. Oh, er hasst mich. Aber das ist okay. Ich nehme ihn trotzdem. Ja, ich will ihn haben. Ich hatte mal eine Katze, die hieß Thomas. Und also, das war ein Mädchen und die hieß Thomas. Weil die, ähm, Tierärztin damals gesagt hat, das ist ein Junge. Und dann haben wir die halt Thomas genannt und haben die auch immer ähm, Thomas gerufen. Also, sie hat halt auch auf den Namen direkt gehört. Ja, und dann ist Thomas irgendwann schwanger nach Hause gekommen. Und dann konnten wir sie aber nicht mehr umbenennen. Also, meine Eltern haben es halt noch versucht, aber sie hat halt nur noch auf auf Thomas gehört. Und dann hieß sie halt Thomas. Was willst du machen, ne? Best Story. Schnurrbert ist auch klasse. Stimmt. Okay, dann machen wir Schnurrbert. Ja? Das ist ein Kompromiss. Schnurrbert oder Schnurrselus? Schnurrselus klingt halt auch lustig, ne? Einfach Thomas, ja. Schnurrbert ist geil, okay. Ja, Schnurrbert, okay. Okay, Schnurrbert, gut. Ich hab's jetzt mit zwei R gemacht und es ist Schnurrbert, wisst ihr? Geil, Schnurrbert, welcome to the life of Oh, Simstagram-Tier? Was heißt das? Mach ich ihnen dann Simstagram-Account? Also, Beste, vor allem mit den Beinen links und rechts, Leute. Einfach nur schön. Guckt euch diesen, guckt euch dieses schöne Kätzchen an. Einfach toll. Okay, ich hab keine Lust mehr. Wie komm ich jetzt hier wieder raus? Ach, hier. Süßli. Hä? Warum schimpfst du mit meinem Schnurrbert? Bitte geh. Adoptionsbewertung? Ach so, muss ich erst irgendwie superlieb zu dem sein, dass ich ihn behalten darf? Oder was? Wie läuft das hier, Leute? Ich verstehe das irgendwie nicht so richtig. Freundlich kennenlernen. Muss ich jetzt hier besonders nett sein? Bis, ähm, oh, guck mal, er hasst mich. Ich glaube, Schnurrbert kann mich nicht leiden. Okay, lief anscheinend ganz gut. Okay, nächstes Tier. Und jetzt den Hund. Jetzt den Hund. Ja, das ist eine dumme, ist das ja. Hast du schon adaptiert? Okay. Betty? Wieso? Hä? Ach so. Okay. Betty sieht ein bisschen crazy aus, aber na gut. Ihr sagt, ihr wollt Betty. Nee, ich habe jetzt keine Zeit zu erleben. Ich muss mich um meine Tiere kümmern. Schnurrbert. Ah! Sie ist auf Schnurrbert draufgetreten. Oh! Betty ist aber schon ziemlich groß. Ist die noch ein Welpe? Ah, ne, die ist schon erwachsen. Hallo, steh bitte auf und stell dich Betty vor, weil ich habe keine Zeit für deinen Blödsinn hier. Geh bitte und sag Hallo zu deiner Betty. Oh. Sie ist ja gut drauf. Neh mich. Ja. Okay. Wie nennen wir den Hund? Wuffel. There you go, Wuffel. LKA. Oh, er liebt uns. Sie. Sie liebt uns. Wuffel. Sei nett zu. Wuffel. Schnurrbert. Oh, guck mal, wie er läuft. Nein. Mein Herz. Oh, nein. Er hat Angst. Oh, sag, was ist los? Was ist los? Oh mein Gott, ich wusste nicht, dass die so süß sind. Schnurrbert. Oh, ich liebe Schnurrbert. Er ist noch ein Baby. Biete ihm mal die Freundschaft an. Ich möchte, dass wir beste Freunde werden, Schnurrbert. Was habe ich gemacht? Ich habe mir da irgendwas geschoben, ne? Lieb mich. Lieb mich. Was ist denn los? Möchte Wuffel raus? Warum hasst Wuffel mich? Aggressiv. Oh. Wow, das ist ja toll. Wir haben uns den besten Hund ausgesucht. Ähm, Entschuldigung. Ich traue mich nicht, mit diesem Hund zu schimpfen. Oh, ich liebe Schnurrbert. so ein süß. So ein süß. Ähm, kann ich irgendwie diesen Hund liebhaben? Kann der Hund mich auch beißen? Kann der Hund meinen Ehemann beißen? Ja, rede nochmal. Ja, das liebt der Hund bestimmt, wenn ihm jetzt was vor ist. Findet der bestimmt toll. Die hat auch so eine Mähne wie ein Löw. Ruby hat soeben mit Wuffel Bekanntschaft gemacht. Ah, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Können wir jetzt direkt Freunde sein, oder was? Och, Schnurrbert! Was denn? Was denn? Ja, 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 ein bisschen kennenlernen. Wo geht Schnurrbert hin? Wo geht der hin? Wo gehst du hin? Oh, der läuft so, der läuft so süß. Ich kann nicht mehr. Ah, oh, er ist so süß. Hier, macht mal hier, Tichtelmechtel. Er ist ja schon nackt. Warum geht das jetzt gerade nicht? Ähm, hallo? Los. Warum nicht? Ach so, die kommen da jetzt nicht mehr rein in das Bett, weil die Sachen hier davor stehen, ne? Das ist natürlich belastend, Leute. Egal, Tierbett einfach mitten in den Raum. Yolo. Yolo. Und dann hier bitte einmal los geht's. Die sind aber ganz schön leise beim Tichtelmechteln. Ach, jetzt geht's erst los. Warum ist er die ganze Zeit nackt? Kann mir das mal einer erklären? Kannst du bitte einen Schwangerschaftstest machen? Hallo. Ja! Ja! Sie ist schwanger. Oh, das Haus ist viel zu klein. Wo soll ich das Baby hinstellen, ne? Pfff. Ja. Oh nein! What happened? Ähm. Wofel? You is a little bit dirty. Irgendwas stinkt wirklich. Ja, es ist dein Hund. Wasch bitte deinen Hund. Oh oh. Ungewollte Schwangerschaft. Ungewollte Schwangerschaft. Wegen Tichtelmechel. Ruby hat diese Schwangerschaft nicht erwartet und ist sich nicht sicher, ob sie das überhaupt möchte. Aber es passiert. Was soll sie nur tun? Oh, sie will eigentlich gar kein Baby kriegen. Ah, Ruby, tut mir leid, aber ich habe das so beschlossen. es interessiert mich leider nicht, ob sie, äh, das Kind haben möchte oder nicht. Wir, äh, kriegen das jetzt einfach. So, Leute. Für heute alles erreicht. Wir haben einen Wuffel. Also Traumhund. Wir haben Schnurbert. Wo ist Schnurbert? Schnurbert. Oh, da. Look at him. The cutest cat alive. Just the cutest cat. Just the cutest cat ever. Ähm, und wir haben uns hier diverse Männer an Land gezogen. Unter anderem Hottie. Auch bekannt als Salim. Wir haben Caleb schon uns angeflirtet und Naoki. Also wir haben schon die Warteschlange der Männer, äh, ja, errichtet. Also es ist einfach wunderschön. Und wir haben schon die Warteschlange der Männer errichtet. Also es ist einfach wunderschön.